ich hab hier aber noch ein kleines spielzeug gefunden oder lass mich vor ist deine sache was war sogar diesmal gewollt der nächste gesprung der kommt den ohne zu sehen was dahinter ist spring ich kommt das mache ich jetzt einfach just for fun das mache ich mit morfro oder nicht ah mein art dings ist am arsch jungs guck mal wo ich reingesprungen bin gibt euch das einfach mal wo ich genau reingesprungen bin mein sitz ich darf der straße kommentar zu uns schlechte idee dazu verfolgt ich bin auch der liefriede alter ich bin auch ich bin auch ja ich komme ich sage sogar noch achtung haus und du sprichst mal auf das auch offen zwei fried bräuchten wir schon ja mein erster beim arsch hat jemand ein repair geht aber ich ziehlich ich spiel einfach eine europäische die eine von euch muss vorfahren ich weiß nicht wohin der folge straße folgen tim einer von euch gibt es nicht mehr wir sind beide zusammen wollen eben es gibt eine reihe das ist kacke eigentlich bräuchte zwei und ich habe eine rote kette ich habe eine gelbe ich habe eine vertrete straße nach kawalla wir müssen durch kawalla durch moritz übernimmt die führung für dich durch kawalla durch ja wir haben aufroder bewaffnet ja das hindert die nicht da sie dich runter zu schießen oder vor den runterschießen wir sind ja auf dem boden ja vom mg nicht aufm schießen was ist eigentlich das ist 55 ja gerade lieber aber 12,5 ist ganz knapp daneben links oder rechts keine ahnung ist mir egal ja war ich den großen checkpoint aus alter ja genau den eigentlich links 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 ja rechts lol lol ist jetzt alle schwarz stimmt, das haben alle wahrscheinlich wird tageszeit geändert lol sag ich doch gar engine rot umloggen und direkt wieder nutzen wir sollen das sonst sohn ich habe kein recker klob sich ja auch noch ein bisschen was ja nur ein bisschen halt justin ich fahre du schießt das ist ja selber ein mg da in der hand alter ja es ist ein schwaches alter die zafir ist zehnmal härter die zafir ist nämlich 7,5 alter wie geil schreib mal geld 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 ich finde das hier als perfekte übung für uns eigentlich wollte ich in der stadt es ist unser fried nein jungs ich werde am süden anstiegen und werde dann über den berg sind ja mit deckung die nicht mit der schussbereiten waffe davor stehen wissen die genau wo wir sind wenn er genau vor uns steht bei leichter drauf sind wir genau um so etwas von ja jetzt fahren wir ja noch welche durch die stadt gewissen aufklärung ist man aber ein bisschen leiser jetzt ein bisschen was ich direkt wieder auf aller mut gewechselt kann ich herausfinden woher die aber sicht auf sie da oben auf dem berg fährt was ist auch nicht geschossen ich glaube strider ist das wir sind mit dem rücken direkt zu einem wald und können wir nicht aufklären ich würde uns gern von anderen ja das schießt was ist der strider wie weit ist der weg sagt mir das mal und wie weit muss ich hochziehen ich sehe nicht das ist gerade 2 290 schießt auf uns für uns vorderer berg man echt ich muss eigentlich einfach ein schuss riskieren ja wie weit muss ich den hochziehen das sind ich sehe nicht ich habe mich in haus zurückgezogen also ich weiß nicht wo der ist ich kann es treu doch ich habe mir noch eine mk 200 gekauft scheiß auf mir ist leider hat keinen sinn noch vier kilometer bis support mit einem schuss kai war das ja man weiß ich aber trotzdem hat es noch weitere ziele ich habe über 400 meter mit aller mut einfach drauf geballert die haben direkt getroffen ich habe ich davor ich habe direkt drauf geballert wo denn auf dem berg wurde auch jetzt was man wohl hat die markieren ich habe ich habe ich habe ihn ja wie die markierung nicht hast du ihn noch nicht genau über und unter geschossen glaube ich ja ich schieße es ist nicht nur ein schuss das verbraucht wir haben jetzt auf jeden fall die reifen weg gemacht guck dir das an das ist alex kranke zerstörung wo denn Checkpoint immer noch Checkpoint Jungs wenn wir so ein Jet haben dann wird das geile dann gebe ich euch richtig gutes Luftunterstützung aber man schießt mal drauf umdrehen genau andere richtung umdrehen zum genau andere richtung das sind da bist du geistig gestört da spielzeug aufschießen ne schießt den Heli runter schießt den mach ich ganz kaputt ganz kaputt ganz kaputt ja gib ihm gib ihm gib ihm das war eine bewaffnete Heike Scheiße steig du aus weil du hast zu viele Lachse als mich waren nein das war gerade nur ein Lack egal steckern wir eigentlich fahren haben wir da jetzt eliminiert? Jonge ja haben wir keine Ahnung was du glaubst ja aber es start nicht dran ach so Eliterate ne das war Moritz, Moritz hat den eliminiert ach so wen habe ich eliminiert? keine Ahnung, unbedingt nö der ist wahrscheinlich mit seinen Strider in meine Tankstelle reingefahren ja spannend ja ja hätten wir auch auf die Idee kommen müssen ist der Weg? oh verdammt oh ich hab hier aber noch ein kleines Spielzeug gefunden was? wenn die zu zentral waren an die an die an die Admins wenn man nur mal Fahr Zeuge öffnen könnte er kommt wieder wo? sagst du ihn nicht? ich hab Soundläuse willst du schießen? nein nein Walla du hoffen hab ihm ha ha scheiß auf verhänkelt alter Blackfly regelt ja die helix gehen nicht auf also man kann keine Fahrzeuge mehr es braucht da war es explodiert juster hast du gehört ne? mhm ich hab schon eine Alarmut draußen ah scheiß jetzt hab ich auszusehen eine Sprenglade äh Sprenglade was? alter ich kann nicht ich hab schon wieder harten Schaden bekommen alter ich hab auch nur 36 Leben und ich kann mich nicht mehr heilen ich hab noch Heelkits warte kurz heilst du mich? bruder oh wär das geil jetzt ne? hä? scheiß hier kann ich gar nicht aber ich kann dir bestimmt in den Rucksack stehen rüppig scheiß komplett auf den Hedi alter gut dann komm ich ja zum Nell wie zum HQ Süd äh sind das die die dich getötet haben oder? ja warte mal das T-Sync hat alles rum alter ja man du läufst bei mir grad das dritte mal wieder raus wer ist das da? warte kurz ja machen wir ja hat mich eben auch schon am spawnen getötet dieser Wichser ey 5 fall back ah fuck ich hab's wird cool vergessen ich will ihn ja nur kurz töten lol ach doch er kommt wieder sag nicht die haben sich da gerade echt hingeportet mit irgendwas die bitch kleiner motherfucker doch mal du hast so verdient alter wir haben das vor uns zu töten 3 tot Batches legt ihr nicht für die H&R wuuh wer ist ihn getötet? fuck allah mut fuck allahs sollen wir uns überlegen Achtung Achtung Mörser Mörser wo? dann warte wir machen's a la Blackfly warte in dem Turm da saßt du ne? naja so guck dir das Spektakel bitte an bin dabei links von dir ist ein Typ eins von dir ist ein Typ ja dann töne die doch bin dabei gib mir nen Moment Alter jetzt ist da alles weg ihr habt alle Waffen man er ist auch tot Spaß die legt dich doch nicht mit die C an moahaha 4 4 nicht Kartoffel-Dartöne das ist ok wenn ich jetzt genau berechne hat mich zwei Leute der befindet sich oben im Haus drin 2 Leute ganz tötchen Big Daddy tötchen nicht mich nicht mich was für ein Haus ich hab das gerade in die Luft gejagt ja das bringt ja nichts du kannst dich gar nicht mehr bedulassen mhm soll ich ihn töten einfach? nein 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 den kriegst du nicht kaputt die haben fallen schon mit dem ähm X hat mich geballert ähm ich krieg den kaputt hab ich doch gesagt ja gut denn oh oh Big Daddy wenn du weißt wo den schießen musst das ist 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 zum Ende des Videos melde ich mich jetzt auch noch mal ganz kurz ganz kurz noch zum Video äh das Video wurde in Irrenanstalt's Purge aufgenommen jetzt denken wir wahrscheinlich hä? Purge? was ist das? ja der eine oder andere mag es vielleicht mitbekommen zu haben äh beziehungsweise die Leute die auf dem Server selber spielen Irrenanstalt hat ein äh Datenbank Reset durchgeführt und hat äh bevor der Datenbank Reset durchgeführt wurde Purge eingeleitet von 18 bis 24 Uhr das heißt äh ja in dem Zeitraum keine Regeln jeder hat genug Geld also altes Live Massaker kein richtiges altes Live mehr ja aber ist halt das abschließende Event dazu gewesen ja zudem momentan keine Videos kann ich nicht viel sagen leider dazu außer halt dass es mir leid tut dass ich momentan euch keine Videos bringen kann aber ich hab selber noch ein reales Leben reales Leben pfff der war gut ne spaß beiseite äh ich hab momentan einfach viel zu viel zu tun und deswegen werde ich jetzt auch ein bisschen was auf dem Kanal hier verändern sprich es werden nicht nur funny Moments kommen bei funny Moments einfach ziemlich viel Zeit im Anschluss weil es sind ja keine gestellten Szenen das ist das Problem und dann muss ich auch noch im richtigen Moment aufnehmen plus schneiden alles zieht das ziemlich viel Zeit äh und ja deswegen hab ich mir überlegt jetzt mal ein bisschen Gameplay oder Roleplay mäßige Videos zu bringen und vielleicht auch einfach mal Arma 3 Koop Mission oder Arma 2 Daisy oder irgendwas irgendwas wird auf jeden Fall kommen was vielleicht nicht mehr ganz so aufwändig ist aber ja das sei ein Überraschen die nächsten Tage guck die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020